Das Amstel Gold Race, der einzige UCI World Tour Klassiker in den Niederlanden, ist das wichtigste niederländische Radrennsport-Event. Es wird seit 1966 jährlich in Limburg ausgetragen. 2018 beginnt das Rennen in Maastricht und endet in Falkenburg. Euro Sport Player, Heimat des Radrennsports, dieses Angebot beinhaltet umfangreiche Live-Berichterstattung von 23 UCI World Tour Rennen, darunter Tour de France, Giro d'Italia, Winter AS Banner und größten Klassiker.